Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und heute zeige ich euch, wie ihr mit eurem Pferd aussetzen könnt, denn das ist mit dem letzten Update reingekommen. Da es noch ein wenig unfertig wirkt, denke ich, dass dieses Aussetzen vermutlich nicht gewollt ist und deswegen erst später dann final reinkommen wird, aber natürlich zeige ich euch die aktuelle Version und was ihr dafür benötigt. Als allererstes benötigt ihr ein Pferd ohne besondere Gangart, denn nur mit diesen Pferden funktioniert es und dann könnt ihr wie bei Pferden mit besonderer Gangart die Gangart wechseln, nämlich zu aussitzen oder eben nicht aussitzen. Dafür geht ihr in den Trab, wo ihr ja standardmäßig erst einmal sehr energetisch hier reitet und dann drückt ihr einmal wie bei einer besonderen Gangart Shift und nach vorne und schon macht ihr das Aussitzen. Ob das so gewollt ist, ob Star Stable generell damit experimentiert, das kann ich euch noch nicht sagen, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass es derzeit funktioniert. Und natürlich gerade für Leute, die in der Dressur ein bisschen rum experimentieren wollen, da doch einige Möglichkeiten bietet, das eine oder andere coole Video zu machen. Ich finde es auf jeden Fall ganz nice, wenn diese Funktion so permanent reinkommen würde, aber ich denke, wenn es gewollt wäre, würde es nicht nur bei Pferden ohne besondere Gangart gehen, sondern dann als dauerhafte Erweiterung ins Spiel kommen. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß mit dieser zumindest derzeit neuen Funktion. Bis dann, ciao, ciao.